Hey Leute, ich bin so offen glücklich. Ich habe bei meinem ersten ersten Video 48 Aufrufe. Ich habe bei meinem zweiten, äh, keine Ahnung, so viele, dass ich das gar nicht weiß. Ja, und das ist jetzt nicht so, ihr denkt bestimmt, das ist jetzt so ein kleines Infovideo, weil ich mache jetzt nicht so viel Quatscherei, weil ich habe euch gestern schon genervt, glaube ich zumindest. Ja, und ich bin wirklich total froh. Das ist das da. Da war ein Poster dran. Ja, scheiße Gott. Siehst du, ich rede, siehst du, sieht ihr oder siehst du, ich rede schon wieder so eine Scheiße. Ich glaube, das ist einfach mal gar eine Affe. Ja, ähm, ja. Und ich bin sowas von glücklich, leider ohne Freundin. Nur heute kommt eine andere Freundin, ich brauche nicht ihren Namen preisgeben, ähm, und die, die weiß nicht, was wir da machen und so. Und das braucht es eigentlich gar nicht beten, dass wir Videos machen. Weil es wäre bloß peinlich. Ihr Scheiß. Ähm, sorry. Ich kann sogar das böse Wort nicht. Wann ich jetzt schon wieder so eine Scheiße? Wartet mal kurz. Sorry. 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 Okay, ähm, ihr habt ja gestern mein Manga-Video gesehen. Und ja, da habe ich auch schon wieder Sex aufrufe. Ich glaube, wisst ihr, ich glaube, ich mache das jetzt jeden durch eins, wenn ich Bock habe. Weil wenn ich mal keine Zeit habe, dann mache ich ein ganz, ganz kleines Video, dass ich für so viel durch nicht, ähm, wenn die Videos machen, so. Und es könnte, wenn ich jetzt sage, fünf durch, und wenn es schon über fünf durch sind, dann ist es vielleicht wegen, wegen der Schule und so. Also, ja, und wie ihr schon bereits gewusst habt, bin ich Marcella und Lina ist die andere, äh, ist meine Freundin. Ja, und sie hat ja heute keine Zeit, weil sie, also, Freunde, weiß ich, hat. Ich auch. Deswegen mache ich ganz, ganz wenig, äh, ganz schnell Video, weil ihr wollt, wartet ja schon bestimmt. Ich wollte so ein bisschen, ich wollte nicht. Ja, und ich bitte euch, ich, 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 ich bin so glücklich, dass ihr, dass ihr so oft, oder, dass, dass ihr meine Videos angeschaut habt. Oder du meine Videos angeschaut hast. Ich wollte nicht ihr, sie, oder, keine Ahnung, oder du, sie, nein, ähm, du, oder die anderen, oder, ah, scheiße, gar, sorry, 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 für meine Ausdrücke. Ja, ich entschuldige mich immer mit, scheiß drauf, sorry. Ähm, ja, und ich laber schon wieder, meine Scheiße, sorry, Teddybär, ja, scheiße, äh, ja, und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr, oh, mein Fuß tut weh, Kampf, oh, Kampf, Kampf, oh, wartet mal, oh, okay, sorry, sorry, wegen dem Kampf. Ja, das hat ein bisschen weh getan, ich war ja vorhin, waren dann so ungefähr, ich habe ja über 20 erst gehabt, wir hatten bloß noch eine Stunde Mathe, ja, sonst nix, äh, ja, das hätte ich ja kuselig, ja, äh, ja, okay, jetzt sag ich mal tschüss, weil meine Freundin kommt immer einzig, und jetzt ist, äh, 11.49, okay, das ist noch früh, früh genug, okay, ich sag jetzt mal wirklich bei, weil ich wusste, wo ich labern soll, aber ich, eins noch, ich, ich, freu mich wirklich wegen die Aufrufe und so, aber, ihr könnt ja wenigsten Comic schreiben, so, wenn ich jetzt das sage, aber ihr seid echt faul, ich weiß, vielleicht kriege ich jetzt keine, Kommis, wenn ich, weil ich das gerade gesagt habe, aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr Kommis schreibt, weil ich bemühe mich ja auch, diese Videos zu machen, wirklich, und ich würde mich ja auch wirklich freuen, wenn ihr, äh, ja, komm, schreibt, oder abonniert mich, ich habe ja ein Abo, habe ich schon gesehen, ja, ja, und, ja, das würde mich freuen, wenn, oder ein Darm hoch, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mindestens ein Darm hoch macht, ich weiß, ich bin ich jetzt nicht so, oh, mein Schatten, oh, mein Schatten, mein Schatten, ah, mein Schatten, sorry, ähm, uh, 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 schätze ich, hör auf, ähm, ja, und ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr Darm hoch macht, also, wir sehen uns bald wieder, ähm, chao! 아